Okay, irgendwas bei meinem Equip ist kaputtgegangen. Ich weiß noch nicht was. Ach, mein Kopf. Toll. 19 hat der neun. Dein Kopf ist kaputt, merke ich. Das sagst du gerade. Ja. Lenk den Schlachtwurf jedes Feindes auf den... Nee. Nee. Was ist dein Problem, einen Schlachtwurf für jeden des Feindes zu machen? Nee. Wenn ich den Schlachtwurf mache, kommt jetzt jeder Feind auf mich zugerannt. Ich kann nicht vergessen. Ich finde, eigentlich ist es lecker, auf mich als Tank ausgerichtet. Und nicht als Damage-Leader, so wie du ihn spielst. Warum soll ich denn nicht auf Damage-Leader spielen? Wie viel HP hast du eigentlich? Wann sehe ich das denn? Wenn du auf Statistiken guckst, ganz rechts in dem Reiter-Menü da. Da steht unten rechts dann... Dein Leben. 380. Ich hab 361. Da kannst du, ich bin Tanky-Gas. Oh, toll. Oh, warte mal, da hinten liegt noch was. Ich hab Nachkampf, hab ich 404 bis 480. Distanz 619 bis 729. So, Moment. Weiter geht's. Bin sofort da. Gruppe versammeln. So. Das graue Gevörge. God, ladet Bildschirm, ladet Bildschirm, ladet Bildschirm. Huhuhuhu. Wapp, der steht, guck dir meine Eier an. So steht der da. You want a piece of this? Langsam bin ich aber müde hier. Ja, merke ich schon. Welche? So lange haben wir noch nie aufgenommen. Oh! Jetzt bin ich wach. Ich habe deinem Herrn gesagt, dass ich ihm antworte, wenn ich es für richtig halte. Du bist nicht, was ich erwartet habe. Du bist kein Mensch aus Karmtun und auch kein Beorniger. Vielleicht wirst du mir sagen, warum ihr hier seid. Guck dir mal mein Gesicht an. Das sieht voll blau und schon weichgeprügelt aus. Wir wollten dich nicht stören, mächtiger Drache. Wir sind einfache Reisende auf dem Weg durch diese Berge. Willst du mich für dumm? Niemand reist ohne guten Grund durch das graue Gedirge. Vergeudet meine Zeit nicht mit sinnlosen Lügen. Wir jagen Agandar. Wir suchen einen Diener des dunklen Herrschers. Einen Mann namens Agandar. Habt ihr das wirklich? Vielleicht können wir uns auf einen Handel einigen. Mit Drachen verhandeln wir nicht. Der wird sterben, der blöde Penner. Einen Handel? Mit einem Drachen? Für wie dumm hältst du mich? Das Einzige, was du von mir bekommst, ist Stahl. Stahl? Du Narr. Mein Schuppenpanzer ist härter als dein Stahl. Ist das alles, was du gegen mich aufbieten kannst, Stahl? Ich hingegen habe viele Möglichkeiten, groß zu werden. Große Augen dann so. Soll ich dich mit meinem Krallen zerreißen? Mit meinen Zähnen zerhacken? Soll ich dich den brennenden Zaun meines feurigen Atems spüren lassen? Oder soll ich dich einfach zerquetschen? Wie das lästige Insekt, das du für mich bist? Feurigen Atem. Vielleicht werden deine Freunde mehr Lust bekommen, sich mein Angebot anzuhören, wenn sie die Sterben sehen. Aber die Bits, man. Müde Bits, die kriegst du zu Hause richtig Schläge. Nein, zumindest einer von euch ist klug genug zu erkennen, wenn ihr unterlegen seid. Also gut, gehört genau zu. Agandar möchte, dass ich ihn bei seiner Eroberung des Nordens unterstütze. Als Belohnung bietet er mir das Reich am Nordenbad und alle Reichtümer, die dort zu finden sind. Das wird nicht passieren. Er kann dir Nordenbad nicht geben. Es gehört Gorin und seinem Volk. Selbst mit Agandars Unterstützung wirst du es niemals bekommen. Ich sagte nicht, dass ich es will. Was ist Nordenbad schon mehr als ein Loch im Fels, wo eine Handvoll Zwerge die mageren Schätze, die das graue Gebirge hergibt, aus dem Stein kratzen? Wenn ich Nordenbad wollte, hätte ich es mir schon längst genommen. Nein, ich habe mein Auge auf einen weit größeren Preis geworfen. Ich will die alte Festung des Echsenkönigs selbst. Komm weg. Ich bin, ich werde hier verrückt. Anstatt, ich habe meine Augen auf einen weit größeren Preis geworfen. Habe ich gelesen, ich habe meine Augen auf einen weit größeren Penis. Oh, you touch my ta-la-la. Mh, mein Ding-Ding-Dong. Ich bin ja verrückt, das kann auch nicht sein. Oh Gott, du bist so schrecklich. Okay. Dann nimm es. Die Penis. Was hindert dich daran, hier zu nehmen? Oh, Gott. Der hat die Kontrolle verraten. Ich wollte, kannst du der Pimmel geile Drache nennen. Und dafür hat er den Norden zu erobern. Dann greif Agandau an. Agandau-gan. Wenn es kann, du kannst du es dir nicht. Warum nimmst du es dir nicht von Agandau? Du würdest dir dadurch den Dank aller freien Völker verdienen. Die, mir und dann. Agandau-gan. Alter, was ist mit deiner Nase los, da wurde Tic-Tac-Toe gespielt. Ich will Karm tun, aber ich wäre ein Narr, einen Diener Saurons anzugreifen. So mächtig ich auch bin, ich habe nicht den Wunsch, mir den dunklen Herrscher zum Feind zu machen. Gott. Ihr habt das allerdings bereits getan. Wenn ihr wünscht, dass ich in diesem Krieg neutral bleibe, vernichtet Agandau und gib mir Karm-Doom. Gut. Also gut, Drache. Da Agandau das größere Zweier übel ist, werden wir dein Angebot akzeptieren. Halte dich aus diesem Krieg heraus und Karm-Doom wird dein sein. Eine weise Entscheidung? Dann enttäusche mich nicht. Und wenn dir das Schicksal Nordenbarth wirklich am Herzen liegt, dann wirst du vielleicht zurückkehren wollen. Agandau greift es an, noch während wir hier sprechen. Sie werden unsere Hilfe brauchen. Gehen wir. Oh ja, unbedingt. Beeilt euch. Lach. Ich dachte, wir kämpfen gegen den, ist ja langweilig. Ich finde okay, dass du dein Handy in Ruhe lässt und einfach weiterliest, damit du dann coole Fehler findest. Ich frage mich wirklich, was in der Höhle passiert ist. Doch wenn Freunde in Not sind, ist keine Zeit für Fragen. Ich rufe Armenel und Barantor. Dann können wir aufbrechen. So, müssen wir jetzt hin zum Nordenbarth, ne? Das ist eine mega Schlacht oder was? Ja. Oh, das ist ein Unterschlupf. So. Alle null Heilmittel benutzt. Warum wohl? So. Wir sehen schon im Ladebildschirm, große Massen, die auf die, äh, Stelle hinrennen. Oh. Ach, das bin ich. Ne. Ja, das ist ordentlich. Aber das ist auch ein arischer Zell. Ich glaube nicht, dass wir noch einen abwehren können. Nein. Ich auch nicht. Ruf Otto. Wie Otto? Benjamin. Ach so. Hast du das gehört, Bruni? Bin ich verrückt geworden, oder? Nein, da. Sie sind es beim Donner. Unsere adlerreitenden Freunde. Sie sind zurückgekommen. Bruni. Sie. Eigentlich ist das jetzt ein trauriger, ein trauriger Moment, wenn er mit dem Blümchen stirbt. Kinder, keiner Bruni ist tot. Kinderträume sind gestorben. Richtig froh bin ich, euch zu sehen. Aber es könnte schon zu spät sein. Ich habe nur noch eine Handvoll Leute, die noch kämpfen können. Dann zieht euch in die oberen Kammern zurück. Gebt uns so viel Unterstützung, wie ihr von dort könnt. Und wir schauen, was wir gegen ihre Belagerungsmaschinen tun könnten. Aber ich... Dein Platz ist bei deinem Volk, Nordry. Geh. Jawohl. Viel Glück euch allen. Zurück. Zurück zu den oberen Kammern. Zieht euch zurück. Willkommen. So, das die Experten. Das ist ein Belagerungsturm weniger. Und ich habe immer noch eine kaputte... Äh, äh, äh. Bisschen schlimm wie ein kaputtes Schild. Äh, kaputter. Du hast doch jetzt ein tolles Schwert bekommen. Ja, das ist geil. Schade, dass es sich anhaltenden Brandschaden macht. Schade, dass es sich anhaltenden Schaden macht. Annalen Schaden macht. Ja, wenn sie richtig schön penetriert, ne? Arschriecher-Modus. Rüstung, äh, Rüstung penetratieren und so. Geht in diesem Lichtschein in Deckung! Ach, guck mal, hier oben sind wir Geschütze. Ey, da wollte ich hin. Hier ist wieder ein Schildtyp. Können die Schildtypen meine Pfeile abhören? Äh, ich glaube, ja. Wenn du am Schild vorbeischießt, allerdings nicht. Kein feindliches Beschoss kann diesen Schild durchbrechen. Ja. Jetzt wieder ein Geschütz an. wenn du noch was wäre hier noch zwei Bogenschützen ja dann erledige die mal wie viele Schüsse raus für die Belagungstürme haben die Mauer erreicht ja hier an der Mauer ja ich sehe sie ich nicht doch ach da da ist ja nur einer bei mir sind zwei ja keiner auf meiner Seite geht in diesem Lichtschein in Deckung hat 2000 Schaden gemacht so jetzt ist bei mir keiner gerade auch bei mir na während du da gerade verteidigst jetzt werde ich mir mal kurz jedes Clip und was sie geploppt haben besetzt diese befestigten Armbrüste so alles klar jetzt müssen wir noch die andere haben deswegen ich bin nicht alles was erledigt doch hier oben sind aber wieder welche gebt hier in Deckung ich werde euch vor ihren Zeilen scheitern ja ich wurde von hinten penetriert ich kann die Kraft nicht ausbringen ja da kommen neue Belagungstürme da kommen neue Belagungstürme Geht in diesem Lichtschein in Deckung! Also, mein Langs kommt es da auch. Hier ist auch noch einer bei mir. Wie viele kommen denn noch ungefähr? Weiß nicht. Mindestens noch 30. Toll. Bist du noch ein Gegner? Ja. Wieso bist du nicht an dem Weg? So, jetzt. Wir haben gerade das Ladezeichen. Zurück zum inneren Tor! Wir müssen es halten! Oder Nordenbad fällt! Okay. Ich bin für das Zweite. Oh nee, nicht Goblin! Oh nee. Was mit denen? Die Explosions-Goblins kommen noch nicht mehr, oder? Ja. Guck mal runter. Fuck. Ich mag die. Ich mag sie nicht. Sapere auf der rechten Seite! Der rechten Seite! Der rechten Seite! Ich habe das größere Tore durchbrachen! Aber ihr! Aber ihr... Sie haben eine Gruppe Schafeure gegen das Tor gesandt. Wir müssen die Olocai aufhalten, bevor sie das innere Tor erreichen. Olocai... Lass die Chauffeure nicht zum inneren Tor vordringen! Der Tod soll euch holen! So, ich hab mal das Wahn, jetzt sind Gegner hier auf der Linken. Ich bin ja der rechte Verteidiger. Ja. Ja.